Nachdenkseiten Die kritische Website Wenn es darum geht, Politiker der Linken zu diskreditieren, scheint der Bild jedes Mittel recht zu sein. Von Jens Berger Fabio De Masi dürfte den meisten Nachdenkseitenlesern bekannt sein. Der Finanzexperte der Linken, der sich vor allem bei dem Thema Steuergerechtigkeit einen Namen gemacht hat, gehört zu den ganz wenigen Politikern, die es mit der Transparenz auch selbst ernst nehmen und sogar den eigenen Steuerbescheid auf ihre Internetseite stellen. Darüber berichtete am Mittwoch die Bild, nicht ohne die Steuerlast und die Abgaben des Abgeordneten vorsätzlich falsch anzugeben und damit den Eindruck zu erwecken, De Masi zahle weniger als 10% Steuern. So wird der Ehrliche auch noch bestraft. Fabio De Masi wurde bei der Bundestagswahl 2017 für die Linkspartei in den Bundestag gewählt. Zuvor saß er im Europaparlament. Der jüngste von De Masi veröffentlichte Steuerbescheid bezieht sich auf das Jahr 2017 und damit vor allem auf seine Tätigkeit als Europaabgeordneter. Noch nicht einmal das wird von der Bild korrekt wiedergegeben. Der kurze Text erweckt vielmehr den Eindruck, es ginge um die Einkünfte eines Bundestagsabgeordneten. Zitat Politiker stellt eigene Steuererklärung ins Netz. Dieser Abgeordnete lässt beim Geld die Hosen runter. Fabio De Masi, 39, Linke Als Finanzexperte sitzt er seit fast zwei Jahren im Bundestag. Nun hat er seinen kompletten Steuerbescheid für 2017 ins Netz gestellt. Laut Finanzamt Hamburg-Altona verdiente De Masi 104.380 Euro und musste dafür 9.391 Euro Einkommensteuer zahlen. Hinzu kamen für ihn 453,14 Euro Soli und 741,51 Euro Kirchensteuer, katholisch. Die Spenden an seine Partei setzte De Masi ebenso von der Steuer ab wie seine Mitgliedsbeiträge für die Gewerkschaft Verdi und den FC St. Pauli. Insgesamt 19.732 Euro. Vom Finanzamt erhielt De Masi schließlich eine Steuerrückzahlung über 3.942,36 Euro. Korrekt dargestellt ist indes das Bruttoeinkommen De Masis, das sich auf 104.380 Euro beläuft. Es gibt jedoch, wie jeder Steuerzahler weiß, einen Unterschied zwischen dem Bruttoeinkommen und dem zu versteuernden Einkommen. De Masi ist beispielsweise freiwillig in der GKV krankenversichert. Abzüglich dieser Vorsorgeaufwendungen, Spenden und dem Kinderfreibetrag kommt der Abgeordnete auf ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von 86.649 Euro, das jedoch für Europaabgeordnete zunächst einer an die EU fließenden Einkommensteuer, der sogenannten Unionssteuer, unterliegt. Fabio De Masi wurden dafür 18.751 Euro abgezogen. Und da dieser Steuersatz niedriger als der in Deutschland geltende Einkommensteuersatz ist, greift hier das Doppelbesteuerungsabkommen und der deutsche Fiskus ermittelt die fällige Einkommensteuer für das gesamte zu versteuernde Einkommen, wobei jedoch die im Ausland bereits gezahlte Steuer abgezogen und nur die Differenz neu in Rechnung gestellt wird. 2017 musste Fabio De Masi zusätzlich 9.391 Euro Einkommensteuer an den deutschen Fiskus abtreten. Diese 9.391 Euro werden von der BILD auch genannt. Jedoch unterschlägt die BILD, dass es sich hierbei nur um die Differenz handelt und De Masi bereits zusätzlich 18.751 Euro Unionssteuer als Einkommensteuer entrichtet hatte. Seine gesamte Einkommensteuer beträgt somit 28.142 Euro. Bezogen auf das zu versteuernde Jahreseinkommen sind dies nicht weniger als 10%, sondern immerhin 32,5%. An dieser Stelle darf man auch nicht vergessen, dass gerade Fabio De Masi zu den Politikern gehört, die Einkünfte dieser Größenordnung deutlich stärker besteuern wollen. Zitat Fabio De Masi auf Twitter Ich veröffentliche meinen Steuerbescheid. Wer für Steuergerechtigkeit streitet, muss auch Hosen runterlassen. BILD berichtet. Allerdings lässt sie 18.000 Euro an EU-Steuern weg. Dafür zahlte ich 32% Steuern. Spitzenverdiener wie ich können mehr. Zitat Ende Die Angaben der BILD sind also falsch und sollen Fabio De Masi vorsätzlich in ein falsches Licht rücken. Einen Rechenfehler oder einen unbeabsichtigten Verständnisfehler kann man übrigens getrost ausschließen. Hat De Masi den Umstand der Doppelbesteuerung für Europaabgeordnete doch in einer Pressemitteilung zur Veröffentlichung seines Steuerbescheids klar benannt und auch aus den veröffentlichten Dokumenten geht glasklar hervor, dass die deutsche Einkommensteuer nur ein kleiner Teil der gesamten Einkommensteuer ist, die er abgeführt hat. Wenn man alles zusammenrechnet und noch die Krankenversicherung 768 Euro pro Monat und die Mandatsträgerabgabe der Linkspartei 1330 Euro pro Monat abzieht, kommt man auf ein verfügbares Nettoeinkommen in Höhe von 2678 Euro pro Monat. Das ist zweifelsohne ein gutes Einkommen. BILD-Chef Julian Reichelt würde für dieses Einkommen jedoch wahrscheinlich noch nicht einmal aufstehen. Nach Schätzung des Branchendienstes Cress beträgt sein Einkommen zwischen einer halben und einer Million Euro. Ob er darauf ordentlich Steuern bezahlt oder sich seine Steuererklärung optimieren lässt, ist freilich nicht bekannt. Reichelt bat Kress jedoch, dieses Hammergehalt, wie BILD es wohl nennen würde, nicht publik zu machen, da er um das Wohl seiner Familie fürchte. Wenn es um die eigenen Finanzen geht, ist man bei der BILD offenbar doch eher zurückhaltend. Sämtliche Zurückhaltung lässt man im Springer Verlag aber dann fahren, wenn es um die Finanzen von Politikern der Linkspartei geht. Und vergessen die alberne Neiddebatte über die angebliche Villa von Oskar Lafontaine, das Hummeressen von Sarah Wagenknecht oder den Porsche des damaligen Parteichefs Klaus Ernst. Dabei ist doch vollkommen zweitrangig, wie Politiker wohnen, was sie essen und welches Auto sie fahren. Ein linker Chef im Porsche, der 75% Spitzensteuersatz fordert, ist mir zumindest lieber als ein Politiker in einem rostigen Dacia, der den Spitzensteuersatz senken will. Entscheidend ist doch vielmehr, woher ihre Einkünfte stammen und welche politischen Positionen ein Politiker vertritt. Und da haben sich weder Demasi, Lafontaine, Wagenknecht noch Ernst etwas vorzuwerfen. Solange ein Politiker sich nicht von Unternehmen und Lobbyisten bezahlen lässt und keine Politik für das oberste Prozent, sondern für die Mehrheit macht, sind seine finanziellen Verhältnisse doch eigentlich unwichtig. Zumal dann, wenn sie, wie im Fall Demasi, ziemlich unspektakulär sind. Die Bild sieht dies naturgemäß genau anders herum, vertritt sie doch seit jeher die Interessen des obersten Prozents. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Moin Ali Moin Ali Vielen Dank.